Guten Abend liebe Zuschauer, hallo zu diesem kurzen kleinen Infovideo, also ganz ganz kurz, wird vielleicht eine Minute oder sonst was. Und zwar wollte ich nur Bescheid sagen, dass heute kein City Skylines Part kommt, da ich wieder mal Probleme hatte mit dem Aufnehmen und das direkt zweimal hintereinander. Und ich wollte dann nicht nochmal ein drittes Mal aufnehmen, bevor ich dann die Lösung weiß. Wie gesagt, ich habe wieder dieses Problem, OBS will aufnehmen, es nimmt auf, wird angezeigt, dass es aufnimmt. Und am Ende, wenn ich aufgenommen habe, möchte ich gerne die Aufnahme beenden, aber das ist dann nicht möglich und dann ist die ganze Datei futsch und das ist doof. Falls jemand weiß, was man da machen kann, würde ich mich sehr sehr freuen, dass ihr das in die Kommentare reinschreiben könntet. Ansonsten muss ich dann selbst gucken, wie ich das hinkriege, aber heute kommt dann kein City Skylines Part, das kommt dann erst irgendwann nachgereicht, eventuell oder einfach erst nächste Woche wieder. Ansonsten bedanke ich mich dafür für die kurze Aufmerksamkeit. Alle anderen Videos, die heute kommen, also eins, vielleicht mache ich ja noch ein Ersatzvideo, ich weiß es nicht, kommen normal. Ansonsten, wie gesagt, Dankeschön fürs Zuhören und das war es dann von eurem Grumpass Bambuso. Bis zum nächsten Mal. erdale. Untertitelung des ZDF, 2020